Ich kann auch ein Feld von einer Seite auf eine andere Seite kopieren. Dazu auf die Seite gehen, auf der das Feld ist, was ich kopieren möchte. Ich möchte dieses Feld mit dem Und, Du woanders hin kopieren. Dann gehe ich zuerst auf diese drei Punkte oben, dann auf Seite bearbeiten. Dann wähle ich das Feld Und, Du aus. Ich gehe dann oben auf Auswählen, dann gehe ich auf Kopieren. Jetzt gehe ich auf Fertig. Ich habe das ja kopiert. Jetzt gehe ich auf die Seite, wo ich hin möchte. Ich möchte das auf diese Was-ich-mag-Seite kopieren. Da habe ich jetzt drauf geklickt. Jetzt kann ich oben sagen, der Verknüpfung folgen. Ich komme dann auf diese Seite, wo ich es auch hinkopieren möchte. Jetzt gehe ich hier oben auf Auswählen. Und ich möchte es hier am Ende hin machen. Und habe das markiert und kann jetzt sagen, Einfügen. Und jetzt ist das Feld Und, Du hier auf der Seite. Jetzt wähle ich Fertig und Bearbeiten beenden. Und dann sage ich, bitte. Und dann千万, sage ich, da geht es um Fertig. Und dann sage ich, dass du da nachfügt, das ist durchschnittlich. Und dann sage ich, dass du da bist.